Quak, 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 Quak-Quak-Quak .... Wann kommen die Küken aus den Eiern geschlüpft? Wieso, wie lange brauchen die denn noch? Also ich warte dann mal weiter. Äh, ich hoffe, die kommen gleich aus dem Allgusschlüpf. Liebe Kinder, heute wollen wir schwimmen gehen. Nun, liebe Kinder, gehen wir zum Bauernhof. Piep, 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 pie Oh, keiner will mit mir spielen. Hahaha, ist dir hässlich. Hau ab. Oh, sie sind alle gemein von mir. Boah, das sind ja so schöne Schwäne. Ich werde die nie vergessen. Boah, ich bin so müde. Ich hab Hunger und mir ist kalt. Nach vielen Wochen wurde die Sonne endlich kräftiger. Juhu, ich kann endlich fliegen. Ich fliege über die Apfelbäume. Ich sehe mein Spiegelblick im Wasser unglaublich. Ich bin wunderschön geworden. Dort sind drei schöne Schwäne. Ich will so mutig sein und zu ihnen gehen. Ich hoffe, sie werden mich nicht verjagen. Komm zu uns. Komm zu uns. So viel Glück hab ich mich nicht träumen lassen, als ich noch das hässliche Entlein war. Von nun an hab ich eine wunderbare Familie. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020